Das war ein schöner Schrei von dir eben gerade. Ich hoffe, das Mikro hat es schön aufgefangen. Warum kreischt sie die ganze Zeit? Das Buch ist zugegangen. Hast du es nicht gehört? Ich habe es zwar gehört, aber warum kreischt sie so? Diese Statue hat uns verfolgt. Ich habe es nicht verfolgt, um genau zu sein, weil ich gerade der Einzige bin, der spielt. Hineinwerfen. Oh, Pfeife. Weißes Pulver. Ich verstehe. Das ist meine. Jemand ist aus der Zelle nebenan gegangen. Okay. Wo kommt die noch an der Punkt? Punkt, Punkt, Punkt. Es ist offen. Wir wollen nicht reingehen. Ich will erst speichern. Was ist das? Ist das der Vogel? Die Eltern eines kranken Kindes. Macht abhängig. Drogen, oder? Das war Heroin. Oder sowas in der Art. Das waren bluten Pollen. Stück Stoffangelaar. Ist das vielleicht jetzt der Vogel? Schuhe. Oh Gott. Wir brauchen farblose Schuhe. Lass sie bluten. Wir müssen zum Wasser, zu den Kauklappen. Ich hoffe, die Kauklappen sterben. Da ist etwas ohne Kauklappen gerannt. Cool. Wieso muss es immer Stranger werden? Hi, Dudes. War das nicht so, dass irgendwann Kermit auch einmal da ist? Also der Frosch. Rote Schuhe. Schuhe waschen. Und jetzt wird es rot, oder? Sie wurden kristallklar. Oh, shit. Kauklappen? Put die Kauklappen. Treiben auf dem Wasser. Level sogar die Kinder auf dem Gewissen. Ja, ich bin... Ähm. Warum? Warum? What? Das kam unerwartet. Wie soll man dann ausweichen? Ich glaube, du musst... ...dann... ...ich glaube, du musst die Schuhe reinwerfen. Du darfst sie gar nicht mitnehmen. Doch, damit müssen wir doch durch den giftigen... ...hi. Was ist das? Hi. Speichern. Damit wir das kopflose etwas nicht nochmal sehen müssen. Gut, das habe ich selbst verpeilt gehabt, dass etwas kam. Ich auch. Ähm. Wir müssen das Wasser wieder abblassen. San? Musst du die Schuhe jetzt vielleicht schon anziehen, oder? Nein. Wir müssen das Wasser, glaube ich, wieder abblassen. Und den... ...toten... Hebel. Hebel ist ungelegt, sagst du dir gut an nichts. Der Totenkopf muss uns aber folgen, bis... ...in den Raum da rein? Ich weiß es nicht. Ich vielleicht muss sie einmal austricksen, also... Ich weiß. Oh, shit. Ich glaube, er ist weg. Der war auch diesmal nicht rot, der war diesmal weiß. Das letzte Mal, als ich das verfolgt habe, war er doch rot, oder nicht? Könnt's denn sein? Ich hasse diesen fucking Garten. Hier kamen wir echt lange nicht weiter. Glas an der Schuhe. Wir haben sie angezogen, automatisch. Okay. Okay. Oh, fuck. Das sah aus, wie wir... Nicht in den Raum gehen, nicht in den Raum gehen, nicht in den Raum gehen. Das war ein Fehler, nicht in den Raum zu gehen. Ja. Okay. Wir... Der ganze Körper zerschmilzt und es bleibt... Okay, nur das Kleid übrig. Ich kann immer noch nicht sprinten. Ich laufe einfach durch. Da durch. Ja. Am Fehler, aber außenrum... Wollen wir zeitlich, glaube ich, nichts schaffen? Eins, null. Wir sind schon so ein Terro. Die Schuhe sind zerbrochen. Ja. Ja. Was würdest du sagen? Ein Freund? Was? Ich weiß es nicht. Was wir selber sagen würden, wir sind ein Freund zu uns. Tagebuch der Hexe. Schnucki, willst du wieder? Okay. Ich habe sie nicht x. Weil sie mich von meiner Krankheit bewahrt hat. Deswegen ist sie jetzt mein Freund. Das bist du. Von der Hexe. Von dem ein Mädchen. Ich weiß, dass sie töten wurden. Ich weiß es nicht x. Da rauchen sie nichts mehr. Nein. I will. Oh. Top und Kopf. Genau. Die Augen. an die augen erinnere ich mich noch man kann da nicht auch noch so eine tischung musik nach unten verstand jemand nach unten links muss ich das war obwohl wir wussten was wir machen musik war es schwer gewesen der körper der puppe was machst du da wieso ist alles rot das kann sein stimmt wir haben das ist das ist ja so eine grube oder so eine quelle von dem baum gruppen körper das mit dem körper verbinden ich hasse dieses spiel annäherungs versuche ich weiß es nicht es ist schwarz ich lauf gerade aus wir folgen einfach der blutspur kommen mein zimmer klar ich hatte nicht mal eine wahl sie ist einfach da reingegangen nachdem sie den zettel gelegt dann hat nein doch nein das machst du ich hasse den teil ich weiß das habe ich damals auch übernommen leblose schwarze katze kann ich nicht mitnehmen oh gott hass wir haben das ende des spiels jetzt schon erreicht ich bin hier durchgedreht ich will das das letzte tagebuch tagebuch der hexe du musst das mikro gleich selber zurückstellen ich muss gleich rennen bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.